Heute möchte ich darüber sprechen, wie man den Erfolg haben kann und wie man glücklich sein kann. Wenn du in einen Buchladen gehst und ein Buch suchen wirst, wie man erfolgreich sein kann, sehr viele Bücher findest du. Zu diesem Thema ist viel geschrieben. Wie kann man Erfolg haben? Wie kann man reich werden? Wie kann man glücklich werden? Wenn du googeln wirst und suchen wirst, wie man Erfolg haben kann, wirst du viele Beiträge findest, psychologische Forschungen und jeder zeigt dir, wie du den Erfolg haben kannst. Weißt du warum? Weil wir alle Erfolg haben wollen und alle wollen wir glücklich sein. Gibt es jemanden, der den Wunsch nicht hat? Hat jemand den Traum, in Depressionen zu leben, immer verbittert zu sein? Gibt es solche? Könnt ihr mit der Hand winken? Dann werde ich wissen, dass du geschlafen hast und jetzt gerade aufgewacht bist. Die Bibel gibt uns ihr Rezept und zeigt uns den Weg, wie man glücklich wird. Und in dieser Torte, die Glück heißt, hat Gott einige Bestandteile reingetan, gemischt. Ich möchte einige von denen ansprechen, nicht alle. Wir lesen den Psalm Nummer 1. Wollen wir aufschlagen. Ich denke, dass einige von euch diesen Psalm auswendig kennen. Ich möchte hoffen, dass einige von euch diesen Psalm auswendig können. Die nicht ganz auswendig können, lesen wir mal vor. Psalm 1. Psalm Davida. Der erste Psalm, Psalm von David. Der erste Psalm, Psalm von David. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die später sitzen. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach Sinn Tag und Nacht. Und wird er, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Dieser Psalm spricht über den Erfolg. Er sagt uns, wie wir den Erfolg haben können. Der 3. Stich, in der 18. Stich, int weekend, der 1. Stich, der 1. Stich написан, wo er in der 3. Stich, im 3. Stich, auf dem 3. Stich, der im 3. Stich, der 3. Stich, der 3. Stich, wir im 3. Stich, in der 3. Stich, Gott vergleicht diesen Menschen mit einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Dieser Baum hat keine Angst oder muss sich nicht fürchten vor Dürre oder Hitze. Unabhängig davon, welche äußerliche Situation herrscht, hat dieser Baum den Zugang zum Wasser. Die Blätter werden grün, werden nicht verwelken und die Frucht zu seiner Zeit wird kommen. Wer möchte nicht an Platz dieses Baumes sein? Alle wollen wir das. Der Psalm fängt so an. Wohl dem, wohl. Auf Russisch heißt das, das Wohl ist dem Mann. Also letztendlich geht es um alle Menschen. Blasen, человек. Blasen, staroslawienское слово. Also glückselig kann man hier auch sagen. Das ist ein altes Wort. Blasen, das значит счастлив. Also eben, glücklich ist der Mensch. Gott zeigt, wie man glücklich werden kann. Und wir wollen im Detail den ersten Vers dieses Psalms ansehen. Ich möchte, dass du heute dein Herz öffnest und sehr aufmerksam wirst dazu, was hier steht. Weil ich habe da den Segen. Ich hoffe auch du. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Der erste Ratschlag, der sehr wichtig ist. Wenn du ein glücklicher Mensch werden möchtest, dann sollst du keinen Rat mit den gottlosen Menschen haben. Не ходи спрашивать совета у людей нечестивых. Frag nichts bei den gottlosen. Давайте немножко по, как бы, рассмотрим, что такое нечестивый человек. Wir wollen erst mal sehen, was für ein Mensch, der gottlose Mensch ist. Ну, немецкий перевод, он сразу показывает gottlose, безбожник. Die deutsche Übersetzung zeigt sofort, also ein Mensch, der gottlos ist, ohne Gott. Der Mensch, der ohne Gott lebt, der das Gotteswort nicht achtet und der sein Verständnis für das Leben hat. Человек нечестивый, у которого нету чести. Der gottlose Mensch hat keine Ehre. У него нету совести. Er hat kein Gewissen. То есть в определенных моментах ein нечестивый человек переступит через маму и через папу и через жену, если надо. In bestimmten Situationen wird dieser Mensch über den Vater oder Mutter über das Gesetz treten. Нечестивый человек это человек лукавый. Der gottlose Mensch ist ein hinterlistiger Mensch. Он как Chameleon, он примет тот цвет, который ему надо, выгодно в данной ситуации. Die Chameleon, er wird immer die Farbe annehmen, die für ihn bequем ist in diesem Augenblick. Знаешь, у каждого из нас есть много вопросов и нам нужны советы. Und jeder von uns hat viele Fragen und jeder braucht рatschläge. Жительские советы. Also, die ganz normalen рatschläge. И когда нам нужен совет, Библия запрещает нам ходить за советом к нечестивому человеку. Und wenn wir Fragen haben, dann verbитет uns die Bibel zu den gottlosen Menschen zu gehen, um рatschläge zu bekommen. Как сделать свой бизнес успешным? Die einfache Frage, wie kann man sein Geschäftserfolg reich machen? Und dann brauchen wir die Ratschläge. Und Gott sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Die Frage, wo kann ich mein Geld am besten investieren? glücklich ist der Mensch, der zu keinem Lügner oder einem Heuchler geht. Ein вопрос простой, житейский. Как добиться внимания со стороны мужчин или со стороны женщин? Eine einfache Frage aus dem Leben. Wie kann man die Aufmerksamkeit von einem Mann oder einer Frau erinnern? Wie kann man sich, wie gefalle ich jemandem? Какой ты ответ получишь, зависит от того, с кем ты разговариваешь. Was für eine Antwort du bekommst, hängt davon ab, mit wem du darüber sprichst. Amen. Все зависит из какого источника ты пьешь. Alles hängt davon ab, aus welcher Quelle du trinkst. и Бог говорит не ходи за советом к нечестивому человеку. Und Gott sagt, geh, also wandel nicht nach dem Rat der Gottlosen. Die Frage, wie kann man populär werden? Может быть не все люди мечтают стоять на сцене. Vielleicht träumen nicht alle Menschen hier auf der Bühne zu stehen. Nicht все мечтают быть политиками. Nicht alle träumen Politiker zu werden. Aber wir alle wollen, über uns gut gesprochen wird. Die Frage, was soll man tun, damit die Menschen über uns gut sprechen und gut denken? Wandli nicht nach dem Rat der Gottlosen. Die Bibel lehrt, dass nach dem Ratschlag zu fragen richtig ist. Biblia lehrt viel darüber, dass man nach den Ratschlägen fragen soll. Wir wollen einige Bibelstellen aufschlagen und sehen, was die Bibel darüber sagt. Das meiste kommt aus den Sprüchen. Sprüche 15, 22. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Wenn du etwas vor hast, wenn du etwas planst, dann weißt du nicht, soll ich so oder so handeln. Die Bibel sagt, dass ein weiser Mensch den Ratschlag holt. Es steht auch geschrieben, dass wenn viele Ratgeber sind, dann kommen die Pläne zustande. Sprüche 20, 18. Sprüche 20, 18 написано, предприятие получает твердость через совещание и по совещание виде войны. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. 12, 15. Sprüche 12, 15. Вообще интересный стих. Der Vers ist sehr interessant. Da написано, путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает советы, тот мудр. 12, 15. Entschuldigung. Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein weiser hört auf guten Rat. Der Mensch, der sagt, ich brauche niemanden, ich weiß alles selber besser, sagt er sowas von großer Weisheit? Die Bibel nennt diesen Menschen Nar. Nur der Nar weiß alles richtig. Nur der Nar braucht keinen Aber ein weiser hört auf guten Rat. Der weiser kann nicht nur einen guten Rat geben, er kann aber auch auf Ratschläge hören. 13, 19, 20. 13, 19, 20. Написано, слушайся совета, Sprüche 19, 20. Gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Die Bibel lehrt uns zu beraten, ganz besonders wenn du etwas vorhast, wenn du Pläne hast. Wir brauchen Ratschläge und nur ein Na kann sagen, ich brauche niemanden, ich weiß alles selber besser. Und es gibt sehr viele weitere Bibelstellen, wo es steht, dass man Beratung haben soll. Sei aufmerksam aber aufmerksam wenn du den Erfolg haben möchtest und glücklich sein möchtest dann musst du sehr aufmerksam sein darauf, wer dir den Rat gibt und was er dir sagt. Sei aufmerksam wem du erlaubst eben die Grundlage deines Verständnisses in bestimmten Fragen zu legen. Ich komme zurück zum Psalm Nummer 1. Die Bibel lehrt, wandle nicht nach dem Rat der Gott oder nehme keine Ratschläge von den Menschen, die Gott nicht gehorchen, lukav die hinterlistig sind, die heuchler sind. lehrt, die losen wege können kurzfristig Erfolg geben. Es gibt Menschen, die sehr schön lügen können den Staat, die Frau, die Eltern. Es gibt welche, die wissen, wie man die Unterlagen auswechseln kann. Und das sieht alles sehr weise aus. Und dann denkst du, ja, er hat so viel erreicht. Man soll von ihm lernen. Und dann fragst du, wie werde ich reich und glücklich. Und du hier schreib hier, dass du nicht verheiratet bist, das ist gut so. Hier macht so und so und da. Und dann denkst du, wie weise. Und dann musst du verstehen, da ist die Lüge, da ist die Unwahrheit und kurzfristig wirst du den Erfolg haben. Psalm 72 ist sehr interessant. Asaf, der Asaf sagt in diesem Psalm, als ich gesehen habe, wie die gottlosen leben, dann habe ich sie beleidet. Ich habe gesehen, wie sie das Leben genießen. Sie sind stolz, sie verhalten sich falsch, aber sie genießen trotzdem das Leben. Und warum soll ich mich vor Gott demütigen, die anderen haben doch alles. Und am Ende des Psalms sagt er, als ich in die Augen geöffnet, habe ich begriffen, auf den rutschenden Wegen hast du die gestellt. Und dieser Erfolg, der ist sichtbar, und jemand, der wird doch dahinter kommen, und alles, worauf gebaut wurde, alles wird auseinander brechen. Und manche Menschen machen sich ihr Leben so schön. Und heute ist es so sichtbar in der Ukraine. Die Menschen haben Gold Kiloweise zu Hause liegen und dann kam ein Vöglein und hat alles weg gebracht. Und der Prediger sagt, dass das Reichtum Flügel hat. Dass es gekommen, hat sich hingesetzt auf einen Platz. Und wenn es nicht gefällt, dann wird es weiter fliegen. Und wenn du in der Perspektive den Erfolg und wenn du zur Beratung kommst, und dann fragst du, wie kann ich erfolgreich heiraten. Und dann sagt ein erfolgreicher Mensch, der schon fünfmal erfolgreich verheiratet war. Und er sagt, ich habe schon so viel Erfahrung, ich weiß schon alles. Du musst aufstehen und einen anderen Berater suchen. Es gibt Menschen, die erfolgreich belügen konnten und haben etwas erreicht. Pritze 11.31 Ich mag sehr Sprüche 11.31 da написано Tak pravidniku was dajots na zimle der mund des gerechten a tem pachi tem boli ne cistivu mu i gräschniku 11.31 11.31 Sie dem gerechten wird auf erden vergolten wie viel mehr dem gottlosen und sünder. Also die vergeltung kommt nicht nur im himmel einen fröhlich gebenden liebt Gott und segnet ihn. Und ich freue mich sehr dass der gerechte noch auf erden vergolten wird. Ich weiß nicht hittet bez zakonik und ljus und lezimär und wirst keine Ratschläge von ihnen einholen dann wirst du von Gott vergeltung bekommen und vielleicht wirst du eine Zeit lang Schwierigkeiten haben. Du musst aber noch daran denken dass der Gottlose und Sünder auch auf der Erde Vergeltung bekommt. Alles hängt davon ab was du gesehen hast. Es steht geschrieben der Mensch soll sich nicht irreführen. Die größte Lüge ist wenn wir über uns besser denken als die anderen wissen nicht wie es wichtig ist ich weiß es besser doch aus ihren Fehlern habe ich eben gelernt und dann gehst du und stolperst und dann denkst du ja das funktioniert man sagt dass der beste Lehrer die eigene Erfahrung ist die erklärt alles sofort wie alles funktioniert es gibt ein Gesetz sagt man das gleiche das gleiche anzieht deswegen sei aufmerksam zu deinem Herzen vielleicht wirst du in deinem Inneren sehen dass du sehr neugierig bist zu erfahren wie man so belügen kann um nicht darauf ertappt zu werden wie kann man so hinterlistig sein dass es zu keinen Folgen kommt wie kann man so am rande wandeln am rande dieser Welt aber du greifst etwas da aus dieser Welt aber bist immer noch auf der sicheren Seite das heißt dass etwas in deinem Herzen verdorben ist wenn du das Interesse hast wie sie den Erfolg erreicht haben wie erreichen dass alles diese gottlosen das gleiche zieht das gleiche an wenn die gerechten über all diese Sachen über die lügen und andere Sachen hört vielleicht gibt es ein bisschen Interesse dann sagt er ich werde lieber weit weg von dem allen sein von der ganzen Lüge heutzutage muss man nicht zur beratung der gottlosen gehen man kann eben ohne aus dem Hause raus zu gehen man kann ein iPhone oder Smartphone rausholen Fernsehen Internet Radio die können dir so gut Ratschläge geben erlaube den gottlosen Menschen nicht die Grundlage deines Lebens zu legen das schwierigste ist dann aus dem Herzen alles zu entwurzeln wenn du daran gewöhnt bist zu lügen wenn du eben Ehebrecher bist warum weil so die anderen auch tun wir kommen zurück zum Psalm 1 счастlich человек blажend человек glückselig ist der Mensch der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlose noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt wo die später sitzen wandelt nicht tritt nicht und sitzt nicht das ist ein Progressions Prozess erst gehst du hin und fragst wie ich das machen kann dann trittst du auf ihren Weg und dann siehst du das du es auch machst und dann sitzt du in der Versammlung der du wirst zu einem professionellen dann kannst du den anderen schon ratschen erzähle dir wie es gemacht wird das hat vom kleinen angefangen von der Kleinigkeit du wusstest nicht wie du dich orientieren sollst und dann hat man dir erzählt dann hast du angefangen so zu handeln glückselig ist der mensch der nicht auf dem wege der sünder steht das ist eben die karriereleiter eines gottlosen das ist die eine Sache dem ratschlag zuzuhören das andere ist sich selbst zu finden das umzusetzen wenn du beim ersten mal eine lüge unterschreibst dann ja zuckt etwas in deinem inneren ich tue etwas richtig eine versicherung bei mir ist nichts abgebrannt und der Nachbar hat mir nichts kaputt gegangen das ist nicht die wahrheit das ist so unangenehm aber der gottlose wird dir den Rat geben ja es wurde doch gesagt nie mehr und trage weiter alle tun es und dann begreifst du in deinem inneren das ist die lüge dein gewissen und dann findest du dich dass du das umsetzt dass du das machst nach nach einer sagst du wenn bei dir zu Hause etwas kaputt gegangen ist dann ruf mich dann unterschreibe ich dass ich das gemacht habe beim ersten Mal wenn du deine Frau Kinder oder Eltern belügst dann lässt dein dich nicht in Ruhe und dann ist es sehr schwierig dann siehst du dass du es schon machst entspann dich das Leben ist nicht so schrecklich wie ich zeige dir wie das geht es ist wichtig Beratung zu haben es ist wichtig ein Beispiel zu nehmen aber gehe nicht zu den Gottlosen wenn du plötzlich zu dir zurück kommst und siehst du stehst schon auf dem Wege der Gottlosen rufe Gott an dass er dich da raus zieht man darf nicht mit dem Feuer spielen ein Auszubildner der gelernt hat also der gelernt hat Fahrrad zu fahren hat der Fahrlehrer gesagt egal wo du hin lenkst natürlich ist das wichtig aber wichtig ist es wo du hinschaust weil wo du hinschaust da wirst du auch hin fahren ich hab's schon versucht es tatsächlich so wo du hinschaust da fährst du auch hin da wirst du auch hin wenn du da wo dein Blick dich hin führt wirst da ankommen wenn du nach dem Ratschlag gefragt hast wirst du da ankommen in der Ukraine kenne ich einen Offizier und er hat erzählt er diente in Kasachstan ihr Militär Stützpunkt war in einem Tal und wir waren immer sehr aufmerksam als die scherten ihre schafe von einer Weide über das Tal auf eine andere Weide geführt haben und als diese zahlreichen Schafe von einer Weide auf die anderen gebracht wurden gab es unterwegs kleine Oasen wo viel grünes Gras und manche Schafe waren so von diesem Gras und sie waren so konzentriert auf diesem Gras so so dass sie nicht gemerkt haben dass die ganze Herde schon weg war und wir also Militärleute haben darauf gewartet weil wir wussten das sind schon unsere Schafe und die einzige Rettung für dieses Schaf war wenn sie in diesem Gras geblieben war anfangen zu schreien also zu wenn dieses Schaf angefangen hat zu schreien und der Hirte diese gehörte dann kam der Hirte zurück und nahm dieses Schaf und brach zur Erde wenn du dich plötzlich auf dem Wege der Sünder gesehen hast ein gottloser Mensch ist nicht nur der Mensch der Gott nicht kennt der Gott ist auch der Gott kennt aber der handelt so als würde er Gott nicht kennen es gibt keinen ideellen Menschen der von den richtigen Wegen nicht abirren würde wenn du da wo du bist nicht anfängst zu schreien zu Gott und sagen Gott hilf mir ich bin in die Irre gelaufen dann wirst du vielleicht gefressen gefressen glückselig ist der Mensch der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch dritt auf dem Weg der Sünder in meiner kurzen Erfahrung als Christ habe ich gesehen oder bemerkt dass es Menschen gibt die sich als Christen empfinden sehr aufmerksam hier die sagen ungefähr das nächste sei doch nicht so naiv am Anfang meines christlichen Lebens war ich auch so naiv wie ich dachte auch dass es schwarz und weiß gibt entspann dich du sollst dich nicht so anstrengen so viel ans Herz zu nehmen wenn du lügen musst dann lüge eben mach doch nichts ich weiß dass Gott gnädig ist langmütig dann kannst du nachher boost und dann ist alles gut wenn es nötig ist dann kannst du auch klauen nicht so man klauen aber irgendwie so kann man klauen ich hab sogar diener Gottes gesehen die sich scheiden lassen und die rechtfertigen das nachher kannst du buse tun und Gott wird dir vergeben mach nicht sie mich an manche sagen dass man nicht in die Gemeinde besuchen soll mit Gott kann man nur zu Hause Gemeinschaft haben wenn ich so was höre dann verstehe ich dass es der Rat eines Gottlos ist willst du dass ich erkläre warum wollen wir Römer Brief Kapitel 1 aufschlagen das sind die Experten die da sitzen und erzählen wie es sein soll Kapitel 1 ab dem 28 Vers und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten hat Gott verwendet hat Gott auch sie dahin gegeben in unwürdige gesehnung zu verüben was sich nicht geziemt ein schrecklicher Zustand für mich ist es die schrecklichste Strafe für einen gläubigen Menschen es geht hier um die gläubigen Menschen die Gott kennen sie haben eine Kleinigkeit gehabt sie haben sich darum nicht gekümmert nach Gottes Gebote zu leben sie haben sich keine Sorgen gemacht dass der Heilige Geist sie überführt sie haben sich keine Sorgen gemacht ob sie nach der Bibel handeln oder nicht sie Gott hat sie dahin gegeben weißt du was unwürdige gesehnung ist das ist das Schlimmste was einem Menschen passieren kann der Mensch tut das böse und er begreift selbst nicht dass er das böse tut du sagst ihm was machst du jetzt und er sagt es ist alles in Ordnung du sagst das ist doch die Sünde und er sagt öffne deine Augen und sieh die christliche Welt an die unwürdige Gesinnung er wird noch 15 Bibelstellen als Beispiel nennen dass man das darf und weiter steht es über diese Menschen geschrieben als solche die voll sind von aller Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit Habsucht они zlobne они исполнены зависти voll neid они готовы убивать mordlos они любят распrie ссориться это обманчивые люди злонравные они готовы то есть они легко выскакивают всякие жабы из злоречивы die gerüchte verbreiten kling бог ненавистники обидчики freche самохвалы горды изобретательны на зло непослушны родителям они безрассудны вероломны нелюбовны lieblos непримиримы немилостивы а теперь внимание 30 стих они знают праведный суд божий 32 они знают как правда что делающие такие дела достойны смерти но однако они не только их делают но и делающих одобряют но они тоже не что страшного они не ломай себе голову здесь там с лукавил там повел себя ты просто приспособиться к жизни Du musst dich an das Leben irgendwie aneignen. Ich glaube daran, dass das Salz salzig sein soll. Das Salz kann nicht einmal eine Essenz sein, ein anderes Mal nur wie Schnee. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Weg geht, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nach Sünder Tag und Nacht. Ich wusste doch, wie es richtig ist. Ich habe den Ratschlag bekommen und so habe ich das gemacht. Das ist deine Schuld, dass du nicht unterscheiden konntest, was gut und was böse ist. glückselig ist der Mensch, der das Gotteswort kennt und unterscheiden kann, was das Böse und was das Böse ist. Und du verstehst, jetzt bekommst du einen gutlosen Rat. Und du sagst, ja danke, das brauche ich nicht. Du kannst unterscheiden, ob der Mensch dir die Wahrheit oder die Lüge sagt. Es geht nicht darum, dass du zu keinem Arzt gehen soll, der nicht an Gott glaubt, weil er gutlos ist. Er wird mir jetzt einen schlechten Ratschlag geben. So maximalistisch soll man nicht sein. Du musst einfach begreifen, was für ein Ratschlag das ist. Aber wie soll ich das verstehen? Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Es gibt in der Bibel einen Menschen, den mag ich sehr. Er heißt König David. Es steht geschrieben, als Gott ihn berufen hat, als David bei Saul gewesen ist, und Gott hat angefangen, ihn zu segnen und ihm Erfolg zu geben. Und als David und Saul nach dem Weg zurückkamen, haben die Menschen gesagt, Saul hat die Tausende bekämpft, besiegt. Der David aber Zehntausende. Die Menschen schätzten ihn. Es gab dafür einen Grund. Ich прочитаю aus 1. Z. 18. 5. 12. 14. 2. Samuel Es gibt ja einen Grund dafür, dass David Erfolg hatte. Er war nicht einfach so talentiert oder weise. In der Bibel steht es geschrieben, dass nicht der weise den Sieg hat, nicht der schnelle den Sieg hat. Es gibt weise, die eben im Leben loser sind. David war nicht einfach so weise. Er hat etwas gehabt. Und dieses Geheimnis ist im 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 5. Es ist geschrieben, Und David zog aus, überall wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen. Diesteval blaga-ra-ra-zum-na. Zapomniere das Wort blaga-ra-zum-na. Mudra, правильно. Wir wollen im gleichen Kapitel, Vers 12 und 13, als Saul den Erfolg von David gesehen hat, und es steht geschrieben, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, von Saul aber war er gewischt. Und er dalil его Saul aus себя und поставил его 1000-Nachalniken. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über tausend. Und er ging vor dem Volk aus und ein. Und Vers 14. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen. Und der Herr war mit ihm. Ich sehe den Erfolg im Leben des Davids darin, dass als er eine Situation hatte, wusste David, wie er richtig handeln soll. und er hat eben überlegt, gehandelt. Woher hat er ist das eine Gabe von Drogen? Wenn du die Bibel lesen wirst, dann wirst du sehen, dass ja, das ist eine, ja, das kann man eben erwerben, diese Möglichkeit. Weißt du wie? Joshua, Kapitel 1. 7, 8 Stich. Jesus, 1, 7, 8 Stich. Woher kommt das Ganze? Nein. 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 Gott spricht zu Joshua und sagt, nur bleib und mürdig, 7 Stich. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Ne uklanяjst von него ни впravo, ни влево, weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. 8 Stich. Vers 8. Da nie adходит sieja книga zakona ad ust tvoih, no po ucchajse v nie dien natch. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Wofür? Чтобы w точности испolнять все, was in ней написано. Dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Nimmst du etwas für dich an, also weise handeln, die David und aus David eben David gemacht. Mit seinen Wurzeln schärft mehr Weisheit, Verständnis helft mir. Helft mir bitte. Woher kommt diese Weisheit von den Geboten aus der Bibel? Wenn du hast geschrieben, dass die Bibel nicht von deinem Mund aus weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, denn dann wirst du gelingen haben, auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und dann kommen wir zurück zum Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gott losen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die später sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. vielleicht sagst du, ich bin schon müde, das zu lesen, da sagt mir Gott nichts, ich sehe für mich nichts, was mir helfen könnte. Hör mal zu. David hat Erfolg bekommen, weil er angefangen hat, diese Weisheit aus dem Gottes Wort zu suchen. als Gott Josua erwählt hat nach Mose, und du musst wissen, wie schwierig es ist, ein Leiter zu werden nach einem großen Leiter. Alle vergleichen dich, ob du das schaffst oder nicht, dann musst du eben das Niveau halten. Und auf ihm lag der Druck. Und Gott sagt, wenn du mein Gesetz erforscht, es tun wirst, wenn du deinen Willen, deinen Wunsch und deinen Wunsch hast, wenn du alles unter mein Wort stellen wirst und du sagst, Herr, ich will nicht, aber dein Wille soll höher sein als mein Wille, dann wirst du Erfolg haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und wenn du dich vom Bösen entfernen wirst und dich Gott nähern wirst und diese Weisheit hier schöpfen, dann kannst du wie über dich selbst reden. Dann wirst du wie ein Baum gepflanzt an Wasser dein Frucht bringen zu deiner Zeit und deine Blätter verwelken nicht und alles was du tun wirst gerät wohl. Wir leben zu einer interessanten Zeit. Hunderte von Büchern sind geschrieben, wie man Erfolg haben kann, wie man eine Frau verführen kann, wie man sein Geschäft aufbaut und zu jeder Lebensfrage hast du sehr viele Quellen der Antworten. Sei sehr konservativ. Deine konservative Wurzeln sollen in die Tiefe der Bibel reichen. Das ist dein Erfolg, das ist dein Leben, ist deine Zukunft. Wenn du für dich sagst, werde das Wort Gottes erforschen, wenn du Lust am Herrn hast und ihm dein Leben anvertraust und nicht nach der Weisheit dieser Welt handeln. Und in der Bibel steht es auch geschrieben, dass diese weltliche Weisheit eben Unsinn in Augen des Herrn ist. Sehr berühmt. Sehr bekannt und oft zitiert wird Psalm 23. Wie wichtig ist sich selbst mit den Worten, die David sagt, für sich selbst zu nehmen. Man soll sich nicht auf irgendwelche Wege der gotlosen Menschen vertrauen. Weißt du, wie groß der Wunsch Gottes ist, dass diese Worte aus diesem Psalm eben die Grundlage deines Ich möchte dir aufs Herz legen, mal wenn du die Zeit haben wirst zu Hause, dass du den Psalm 23 aufschließt und mit Gott sprichst aufgrund dieses Psalms. Vielleicht kannst du das heute machen, wir werden beten. Du kannst zum Herrn sagen, Herr, du bist mein Hirte. weißt du, wie Gott dich weiden kann, wie er dich leiten kann durch sein Wort. Er kann zu dir sagen, Vlad, handli nicht so, mach es so und so. Und wenn ich offen bin, sein Wort aufzunehmen, Erfolg, mir wird nichts mangeln, ich werde Erfolg haben, überall. und mir wird nichts mangeln, weil ich zum Entschluss komme und sage, du bist mein Hirte und ich werde mich unter dein Wort unterstellen. Vers 2 Und du sagst, Herr, du weidest mich auf grünen Auen. Kennt ihr, wir haben ein Zeichen dritt viel gehabt über ein Hamster, er hat viele Erbsen gesammelt und er lag auf einem Berg dieser Erbsen Es ging ihm gut da. Und er steht geschrieben, du weidest mich auf grünen Auen. Das ist mein Gott. Und ich habe ihm mein Leben anvertraut. Du hebst deine Augen zu Gott und sagst, du weidest mich auf grünen Auen. Und vielleicht siehst du die nicht, aber du weißt, Gott wird dich dorthin bringen. Du führst mich zu stillen Wassern. Du erquickst meine Seele. Es steht in den Sprüchen steht es geschrieben, es ist besser einfaches Leben zu führen mit einem mit einem Stück trockenes Brot ruhig schlafen und leben können als reich und immer zittert. Und wenn du mit Gott lebst, dann führt er dich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Und hier gefällt mir ganz sehr. Ich bete immer oft mit diesen Worten. Er führt mich auf rechter Straße um Sein Namens Willen. Oft weiß ich nicht wie ich richtig handel soll. Aber ich habe meinen Gott und mein Gott hat mir sein Wort offenbart. Ich habe mal ein Bild gesehen. Gott sprach mit mir und Gott streckt die Hand mit der Bibel aus und sagt Lese. Gott leitet mich auf rechter Straße und nicht weil ich so gut bin sondern sein mein Vater ist und ich bin sein Sohn. Und es steht auch geschrieben und wenn ich auch wanderte durch Tal des Tod Schattens und im Leben eines Gläubigen gibt es auch Leben wo man Angst hat also bis zum Tod Angst hat Du weißt nicht warum was das sein soll sagt er ich fürchte kein Unge und wenn du in den Himmel schaust dann weißt du da ist nicht irgendjemand irgendwo du sagst Herr dein Stab und dein Stecken der Hirte hat einen Stab damit die Wölfe die die nicht greifen und er hat auch einen Stecken und mit diesem Stecken hilft er den Schafen auf die Beine und du sagst Herr egal was mit mir oder um mich passiert ich weiß du wirst mich aufrichten du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde du sagst zu Gott und sprich zu ihm es ist mir egal wer gegen mich ist ich stelle mir vor dass du irgendwo sitzt und hinter dem Zaun sind Wölfe und die wollen dich greifen man muss eben auch den Glauben haben diesen bereiteten Tisch zu genießen ab ab und zu mal wir haben Zeiten wo wir als gläubige Menschen Feinde haben wir wünschen nichts Böses den anderen aber es Augen Blicke im Leben wo unsere Nächsten uns ihren Rücken wenden und sind aggressiv und dann siehst du Gott an und sagst ich weiß du kümmerst dich um mich auch inmitten dieser schwierigen Situation du hast mein Haupt mit Öl gesalbt Öl die Salbung Heiliger Geist die Gegenwart Gottes wenn du betest in Zungen im Gegenwart Gottes wenn du Gottes Gegenwart erlebst dass er nah bei dir ist dass er dich liebt dass er dich leitet und in deinem Inneren spürst du du bist seine Tochter du bist sein Sohn das ist die Salbung mein Becher fließt über und dann sagst du was brauche ich noch mehr wenn der Becher voll ist dann fließt alles über der eine sagt Herr was soll ich im Himmel und auf Erden möchte ich nichts ohne dich haben du bist bei mir ich habe alles wenn du Gott hast dann hast du alles nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da dein Erfolg dein Erfolg und dein Glück hängt davon ab dass du dich vom Bösen entfernen wirst es steht geschrieben fliehe der Sünde und dass du Gottes Wort erforschen wirst zu Gott kommen ich sage nicht dass wir diesen Psalm laut lesen sollen das ist auch gut ich liege dir auf dein Herz возьmi его herten an wie deinen wie denjenigen an der dich liebt der für dich seinen Sohn her gegeben hat ich habe in dir die gute Sache angefangen und ich werde dich bis zum Ende leiten vertraue auf mich wollen wir zum beten auf stehen